Große Pläne, Schlager Beauty Beatrice Egli will an der Seite von Florian Silbereisen so richtig durchstarten. Setzt die Segel, Beatrice Egli, 35, wünscht sich nichts sehnlicher, als gemeinsam mit Schlager Buddy Florian Silbereisen, 41, die sieben Weltmeere zu erkunden. Hallo, ZDF-Traumschiff. Beatrice Egli hofft auf Gastrolle neben Florian Silbereisen. Gemeinsamer Song? Check. Erst vor wenigen Wochen haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli mit ihrem Liebesduett Das Wissen nur wir Premiere gefeiert. Jetzt könnten die beiden schon bald wieder gemeinsame Sache machen. Wie Beatrice Egli im Mit den Waffeln einer Frau Podcast von Barbara Schöneberger, 49, durchblicken ließ, könne sie es sich durchaus vorstellen, sich der Schauspielerei zu widmen. Welche TV-Projekte für die Schlager Beauty in Frage kommen, neben einer Rolle in einem Rosamunde-Pilcher Film oder bei der Bergdoktor steht das Traumschiff mit Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger ganz weit oben auf ihrer Liste. Ich singe ein Duett mit ihm, aber vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, dass wir zusammen auf Schiffsfahrt gehen, plaudert sie aus. Wir drücken Beatrice Egli auf jeden Fall die Daumen, dass ihr Traum, einmal mit dem berühmt-berüchtigten ZDF-Dampfer in See zu stechen, bald Wirklichkeit wird. Wir drücken Beatrice Egli auf jeden Fall die Daumen, bis zu stechen, bald Wirklichkeit und ZDF-Dampfer in See zu stechen.